So, wo ist dein Bär jetzt hingewandert? Über Nacht? Wenn man sieht, geht das. Boah, jetzt hab ich Husten vor dem Lachflash. Das ist doch mal gut, ey. Ähm, ich hab jetzt so ne grosse Frage. Äh, hab ich doch nicht. Doch. Die Kiste kann ich mitnehmen. Soll ich jetzt hier so machen? Muss er auch gucken. Warte, jetzt wollen wir kurz die Hühner hier, die haben wahrscheinlich, vorgestern wahrscheinlich wieder nicht, beide beleidigt aus, die haben jetzt einfach nichts zu fressen gehabt. So. Warte, warte. Da oben, Ostend. Was soll ich jetzt tun? Nee, da oben nicht, hier unten. Das sind, ist jetzt drei breit dazwischen, ich denke zwei reicht aus, oder? Bevor ich hier unten die Reihe anfange. Also ein hochsetzen. Ist ein bisschen viel Platz, denke ich. Ja, aber ich find's auch nicht schlimm, wenn's ein bisschen... Da würd ich eher so machen. Also du kannst auch machen, klar. Natürlich dann die Kiste. Ich glaub, das reicht. Ich wollte halt erst... Erst hatte ich ja da hier einbreit, ne? Aber ich hab gemerkt, ich bin immer hängen geblieben. Da dachte ich, nee, mach's schön... Dann lieber ein bisschen mehr Platz, aber du bleibst dich ständig hängen, wenn's nur einmal eins ist. Ja, ich bleib hier oben nämlich auch immer hängen. Ja, das kommt ja dann weg. Ja. Dann setz ich aber den Weg einen höher, sodass der vor den Kisten ist. Das sieht man besser. Und jetzt lieber... Pilze könnten aber ruhig ein bisschen lukrativer werden. Haben wir so einen gewöhnlichen Pilz. Wo ist der Pilz drin? Bei... Gemüse hab ich's jetzt erstmal ganz vorne mit reingepackt alles. Ja. So, und jetzt würde es dann weitergehen... Äh, ich weiß nicht. Feicht... Achso, ein Zug. Nehmen wir hier ne knallschwarze für Mob-Loot. Aber warum ist der Kürbis vorne im ersten drin? Kürbis? Ja. Wieso, ist doch ähm... Gehört das zu Fr... Ne, ist ne Frucht. Ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht. Das kann man streiten. Die Aubergine hab ich jetzt auch in der zweite reingetragen. Ne, Kürbis ist Gemüse. Aubergine ist auch Gemüse. Ja, ich wusste, dachte jetzt gar nicht, dass es eher um Obst und Gemüse geht, sondern so ein bisschen das eine ist. So Boden, weißt du, so wie... Achso, ne, da... Ich mach's... Es ist besser zu verteilen den Obst und Gemüse, weil... Wenn du Boden... Hab doch keine Ahnung, was jetzt wirklich Obst und Gemüse ist. Da gibt's doch immer... Tomate ist halt glaub ich auch irgendwie ein... Obst oder Frucht oder irgendwas was. Angeblich soll's auch Obst... Ja, ne Frucht sein. Also von der Veranlagung ist eigentlich ne Frucht irgendwie... Ja, aber... Keine Ahnung. Geh ich mal hoch etzeln... ...für den Jägern. Gucken, ob es da was Neues gibt. Jescher Meister gibt's da. Mega. Mega Meister. Ey. Ach, heute ist die Veranstaltung, wie gerade vorbereitet wird. Naja, eben. Na, dann muss ich bis 22 Uhr warten. Jetzt komm ich hier nicht weg. Winterwurzel? Was ist denn hier noch? Mob-Loot gerade. Solar-Essenz... Monsterbeute, genau. Gefrohene Träne, Mineral. Ja, und ist noch. Ja, Mineral. Topaz Mineral. Ja, Mineral. Ja. So, ich denke hier... Fledermaus. Achso, warte mal. Ach, Schleim habe ich drin. Aber so wenig haben wir nur. Schleim. Das kann nur woanders liegen. Zwei Stück sind da nur drin. Kann ich hinhauen. Mann ey, vor dem Lachfläch im letzten Part habe ich irgendwie Hals kratzen. Oder ich habe schon... Bleibung gespendet. Ich meine, da bin ich spendet, aber schon abgegeben. Ach, so warte. Ne, hier ist noch eine... Kiste. Alter, was ist... Hier ist da gar nichts passiert. Nico, what? Oh, was ist denn das hier? Bandschnecke habe ich. Nice. So. Verfeinerter Quarz. Ist auch noch ein Pfifferling. Und außerdem die Winterwurzel habe ich bei Gemüse rein. Wohl Sammelzeug ist wieder. Und Eichel... Nein, weißt du? Das gehört zu Saat. Eichel und Kiefernzapfen ist Saatgut. Von Monsanto. Einfach mal ein Diamant gehangelt. Auch nicht schlecht. Was haben wir denn dann noch? Ach so, unsere Ausrüstung. Äh, ja, ändere ich nochmal. 22 Uhr geht's los. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, ja? Für das Fest. Amphibienfossil. Nice. Was ist denn eine gute Farbe für Ausrüstung? War's, oder? Find ich schon nicht gut. Oder Silber, sowas wie die ganzen Eisensachen und so. Gibt's nicht. Und das Schwarz habe ich jetzt Mob-Loot genommen. Weil auch halt... Fledermausflügel. Ich nehme mal Knallrot für Ausrüstung. Das sieht cool aus. Äh... So... Bin ich ein bisschen hektisch so, wegen dem Fest gleich. Oh, voll aufgeregt! 21 Uhr. Das ist doch noch viel Zeit. Ja, aber ich will halt viel schaffen in der Zeit. So, und hier kommt die Kiste Baukram hin. Jo, passt. Hey Hundi! Bist im Weg? Hundi! Bist im Weg. Bauch. Also... Tor. Steinschild. Möbel. Holzzaun. Ofen. Das. Teleport. Totem. Ach, guck mal der Ring. Der gehört ja auch hier vorne rein. Bauzeug. War... Auch. Schotterfahrt. Und... Holzfahrt. Kalkstein. Wusstest du, dass wir den haben? steigstein ja ja ich glaube die haben wir aus der höhle oder so gut es geht echt das geht gut ab hier mit den kisten braucht nur aus schild gucken und schon weiß das problem ach ich brauche ein holz warte mal das sind meine sachen also dein aber wir haben nur hier so ganz altes rostiges schwert easy nehmen als schild wie gesagt ich denke immer noch an minecraft dass man das item verbraucht für so ein schild ne ja schon die letzte part auch schon kann ich eigentlich die coolsten sachen raussuchen aber erst mal ein schild haben muss ich herstellen also wir haben das ganze holz hier schon jetzt fast das draufgegangen was muss jetzt schon nach warte mal doch geht aber das sieht doof aus das so ein kleines schwert ist der crystal deutsch wenn wir das stahl kurzschwert ja wo dass das passt wackelbebauzeug noch ein schon wieder das reicht nicht muss wieder holz abpacken warte mal die teile waren auch gut oder anheims war ja sart holz alte puppe habe ich gefunden als artefakt nice hier los bin ich hier in so einen schluss ich bin unten im fluss einfach nur irgendwelche artefakte beim angeln ja das können wir alles zum museum geben GUNTER ja steht überall GUNTER 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 Der macht dich wieder munter. Du holst ja ein Runter. Auf Gunter. So. Du hast jetzt kein Holz für eine einfach eine Truhe oder? Ich will einfach alles was ich gerade geangelt habe erstmal da rein. Ich musste erstmal schauen wohin. Dann nimmst du die schwarze, äh ne die lilane vor meinem Haus am Briefkasten. Die ist komplett leer. Nein, da doch nicht rein. Hier rein. Es gibt einen großen Magnetring. Ja, habe ich aber auch schon an. So, ich packe jetzt auch da oben in die Kiste rein, was ich jetzt noch nicht zuordne. Schau mal was da alles drin ist. Achso. Loll, die Puppe sieht ja aus. Ja, gruselig. So. Mal duschen. Äh, was? Nein. Geisternacht hat begonnen. Geisternacht hat begonnen. Du kannst ja eh nichts auswählen. Also musst du auch nicht schenken. Ach ja, stimmt ja. So gescheuchen, die kann man bei jedem Fest eine sammeln. Stimmt. Oh geilo. Nein, ich wollte das doch nicht sagen. Verdammt. Rutscht mir immer wieder raus. Aber die ersten Feste, wir haben ja erst beim letzten Mal überhaupt eine bekommen. Kürbisbier. Oh, hier gibt's Kürbisbier. Oh, das würde ich gerne in echt mal probieren. Das schmeckt. Ja. Mache ich mal ein eigenes Craftbier. Kürbisbier. Nur zu Halloween. Kriegt denn irgend so'n Farbstoff da rein, weißt du, dass die Zunge rot wird. Wie diese Kaugummis oder Lollipops. Wie diese Kaugummis oder Lollipops. Brauchst das ja wohl. Iridium ist hier wohl das Wertvollste, weil die Angel gibt's. Der erzählt was vom Iridiumschwert. Die Frage ist nur, was machen wir hier jetzt. Zu dem Bürgermeister, oder? Oder warte mal, ich geh nochmal zum Skelett. Ich wär auch so'n Labyrinth. Labyrinth. Wollte ich echt zum Bürgermeister gehen, unten. Ich guck erstmal, was hier oben ist. Nein, oben hier ist weiter. Hier ist ein Labyrinth. Digga. Achso. Was ist das für einer? Da sind Hände. Da geh ich nicht lang. Kann man einfach vorbei an den Händen. Haha, hallo, winke winke. Die tun nix. Oh, hier ist ein Fernseher. Wo kommt ein Dorn? Wo kommt da der Strom her? Hallo, Abigail. Das ist aber cool gemacht. Spinnen. Warte, aber kratsch mal oben. Nicht, dass oben irgendwie weiter geht. Vielleicht hinter dir. Was auf dem Schild nehmen. Auch nur ein Fragezeichen halt. Witz. So, das war's schon. Ist wirklich ne Sackgasse. Ja. Ah, da hinten. Achso, da, jetzt weiß ich. Siehst du, man muss rechts in das Ding rein, glaube ich. Achso, da war ich ja noch gar nicht. Ich verstehe. Da kommst du aber gar nicht hin. Aber in die Tür... Also ich konnte zumindest nicht in das Haus rein. Warte mal, was siehst du denn da? Also in das Haus konnte ich nicht rein. Und da ist doch so ein Eingang. So ne Höhle. Vielleicht kann man da rein. Achso, aber hier hinten ist ja auch noch einer. Hier ist auch ne Höhle. Ah, ich wusste es doch. Zack, zack. Ah, krass.